Oh, hier runtergefallen. Oh! Ist nicht dein Ernst! Ich war... Ich bin still! Ich bin stillgeblieben! Und dieser Drecks-Slide, Junge! Oh! Du musst natürlich nur noch zwei Bisse reinmachen, Mann! Komm her! Ich geb dir noch einen dritten und einen vierten! Oh, was? Überlebe ich das? Ist das dann nicht so tief? Ich bin schon wieder. Bis oben, glaub ich. Ich weiß es nicht. Ich hör nur zu schreien. Oh mein Gott! Oh meine Fresse, hab ich mich erschraubt! Sag ich Izzy? Oh mein Gott! Oh man, ich weiß nicht so. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hasse natürlich nicht. Ja. Schau! Schau! Ähm, wirklich? Wo bist du? Scheiße, du bist so geschwindig, Alter. Der Vasi hat mich noch mal vorbeigel... Was war denn seine Mission? Was war denn seine Mission? Was war denn seine Mission? Oh nein, sie hatten... Oh mein Gott. Ist nicht deren Ernst. Hier. Ich halte die Kamera. Ich bin Kameramann. Komm! Ah, fuck! Oh mein Gott! Ah! Ich halte die Person! Ich halte ihn, die Kasi! Ich halte ihn mal! No! Hö 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 Hö! Ich halte ihn! oh 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 okay okay oh oh my god los oh oh Was tut du zu dir? Junge Bleib schön hier in meinem Kopf Was ist das denn? Oh mein Gott, das ist... Ich bin... Was war das? Keine Ahnung, ich bin auf jeden Fall tot Ich will auch hin Oh Gott Was war das denn? Was war das denn gerade? Das ist ne Puckkig Maschinengewehr Kann das jemand flippen? Ja gut Bot ist groß Boah, das haben die Hörbüse, die haben auch eine Stego. Boah, siehst du das? Wie viel Schaden macht! Wie viel Schaden der macht! Guckt euch das an, ich bin fast tot, ich bin rot! Ich bin rot! Alter! Ich geh' aber noch zu den kleinen Tieren. Alter!